Adventskalender leicht gemacht für Schatz. Ein Stück Karton oder ein Stück Papier, je nachdem wie ihr wollt. 24 leere Streichholzschachteln und die werden dann nach und nach aufgeklebt, alle 24. Dann geht es weiter indem ihr schöne bunte Papiere ausschneidet, um die Streichholzschachteln abzudecken und zu nummerieren natürlich. Wenn ihr nun alle Streichholzschachteln abgeklebt habt, nehmt ihr euch solche Stifte, die ein bisschen leuchten, um natürlich den Text und die Zahlen von 1 bis 24 drauf zu schreiben. Wenn ihr dann alle nummeriert habt, müsst ihr euch nur noch 24 Gründe ausdenken und in diese Schachteln packen. Viel Spaß, euer Mädel wird sich freuen.